Hallo, ich heiße Jill. Du bist neu in Graz? Du hast Fragen zu Deutschkursen, dem Gesundheitssystem oder dem Arbeitsmarkt? Oder du suchst eine Community, wo du dich wohlfühlst und möchtest neue Menschen kennenlernen? Das Setwell International Welcome Office bietet dir viele Antworten auf deine Fragen und hilft dir auf deinem Weg weiter. Auf mehreren Sprachen bekommst du dort Informationen zum Leben in Graz. Die Menschen im Welcome Office wissen sehr gut über Deutschkursmöglichkeiten, Aktivitäten für Kinder und andere Vereine Bescheid und haben Tipps und Tricks, damit Graz noch mehr zu deinem Zuhause wird. Du findest das Welcome Office online unter www.setwellcenter.at oder auf Facebook unter www.facebook.com Setwell Welcome Office oder du gehst einfach in die Dreihackengasse 28 im Bezirk Gries in Graz. Dieses Video ist im Auftrag von Südwind im Rahmen des Projektes ASAP entstanden.